Herr Gustav, ich lese Bauersachs und weiterhin gute Gesundheit, Irmgard, Egon, Holger, Giesel. Ich bin mittendrin und geb mich allem hin, aber schaut man hinter die Kulissen, dann fängt es immer so an, ich schlafe immer zu lang, krieg's nicht hin und fühl mich deshalb beschissen. Ich erkenne mich nicht in den Schaufensterscheiben, entdecke nichts, was mir gefällt. Ich brauch die schönsten Kleider und die stärksten Männer und eine Hand, die meine Hand für immer festhält. Ja, Ruhrkanal TV hätte heute liebend gern von der Vorstellung der neuen CD von der Hattinger Lokalgruppe Frieda Gold berichtet. Leider hat uns das Saturn-Drehverbot erteilt. In einem winzig kleinen Raum ohne Notausgänge spielt gleich Frieda Gold an Plagt. Vor zwei Jahren durch die Mia auf dem Hattinger Altstadtfest, letztes Jahr der Abräumer bei Bochum Total und heute eine wundervolle, klasse neue CD. Leider können wir keine exklusiven Wähler und auch kein Interview senden, sondern nur die Musik vorstellen. Wir sind so wie wir sind, so wie wir sind. Wo an können wir glauben, wofür das hängt, was kommt und bleibt. So wie wir sind, wir lassen uns sein durch die Klubs der Stadt. Durch dringende Hände und wir werben uns an. Wir warten dann auf, weil immer anderen beliebt. Ja, wir stehen hier nochmal bei Saturn, möchten gern natürlich über Frieda Gold berichten, aber vom Saturn-Konzern selber ist die gesamte Hattinger Presse, sämtliche Zeitungen, sämtliche Medien ausgeschlossen worden. Wir finden ungefähr zehn bis zwölf Sicherheitskräfte, aber es ist nicht möglich, einen Geschäftsführer hier hinzuholen. Wir halten dieses Vorgehen für nicht besonders gut und auch nicht klasse für eine Hattinger Band, die an sich hervorragend ist. Wovon sollen wir treiben, wo sind wir zu Hause? Wovon sollen wir treiben, so wie wir sind? So wie wir sind, so wie wir sind, woran können wir glauben? Wofür das hängt, was kommt und bleibt? Nachdem wir die kleinen Unplugged-Performance von Frieda Gold gehört haben, möchten wir nochmal ganz klar sagen, es ist eine ganz super tolle Band, die nichts dafür kann, aber ob sie so gut beraten ist, mit dem Saturn-Konzern zusammenzuarbeiten, der sich an Pressefreiheit in Deutschland nicht gebunden gefühlt, das bleibt irgendwo, zumindest macht es viel Nachdenklichkeit. Vielen Dank.